Nummer 6. Schreibtischlampe mit Augenschutztechnologie. Das runde Reflektordesign sorgt für gleichmäßiges, schattenfreies Licht. Ausgestattet mit einer Tuchsteuerung zum Ein- und Ausschalten und zur Regelung der Helligkeit. Der Arm ist flexibel, er kann um 90 Grad gedreht werden und passt sich so jedem Bedarf an. Die Intensität des Lichts ist manuell einstellbar, so dass sich die Augen immer in einer angenehmen Umgebung befinden. Der Artikel ist in verschiedenen Modellen erhältlich. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 5. Schreibtischlampe mit 180 Grad Knickarm, ausgestattet mit LED mit Augenschutz. Besonders geeignet für längeres Lesen. Die Lampe bietet 10 Helligkeitsstufen. Ausgestattet mit Helligkeitsspeicherfunktion. Hergestellt aus Aluminiumlegierung und LED. Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 4. Schreibtischlampe mit flexiblem Arm, hergestellt aus hochwertigen Materialien. Die Leuchte ist mit drei Drehgelenken ausgestattet, mit denen Sie das Licht leicht einstellen können. Im Paket enthalten ist eine platzsparende Klemme, die an jedem Regal, vertikal oder horizontal, befestigt werden kann. Wir empfehlen den Kauf einer E27 Glühbirne für diese Lampe. Erhältlich in verschiedenen Farben. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 3. LED-Lampe mit flexiblem Schwanenhals und 360 Grad Schwenkfuß. Mit dieser Lampe können Sie den Beleuchtungswinkel flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Helligkeit ist einstellbar. Ausgestattet mit einer platzsparenden Klemme lässt sie sich leicht an einem Schreibtisch, einer Werkbank oder einem Tisch befestigen. Geeignet zum Lesen, da die Lampe Augenschutz bietet. Erhältlich in schwarz und weiß. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 2. Schreibtischlampe mit flexiblem Arm im klassischen Retrostil. Hervorragend geeignet zum Lernen und für längeres Lesen. Hergestellt aus Metall und hochwertigem Kunststoff. Bietet reichlich Beleuchtung. Die Lampe hat eine Leistung von 40 Watt. Ideale Beleuchtung für verschiedene Umgebungen. Außerdem verleiht der Metallrahmen im Industriedesign der Leuchte einen Retroscharm. Erhältlich in schwarz und weiß. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Diese moderne, flexible Lampe ist aus Naturholz und Metall gefertigt. Das Netzkabel ist mit Nylon ummantelt, das haltbarer und flexibler ist. Sie funktioniert mit einer E27 warmweißen Glühbirne, die in der Verpackung enthalten ist. Ausgestattet mit verstellbarem Holzarm, Metallschrauben. Industrielles Design, elegant und praktisch zugleich. Die Leuchte kann in vier Teile zerlegt werden. Sie ist einfach und bequem zu montieren und zu transportieren. Energieeffizienzklasse A++. Erhältlich in verschiedenen Farben. Ausgezeichneter Artikel. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung.